Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums, zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und viele kennen diese Reihe wahrscheinlich, denn die gibt es schon seit 2005. Also eine der langlaufendsten Reihen der Republik, die wir haben. Und zwar jeden Monat zeigen wir ein herausragendes aktuelles deutsches Kinowerk und haben dazu dann auch die Regie zu Gast, was uns sehr, sehr freut. Und das Ganze in Kooperation mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Die sitzen auch hier in Frankfurt. Die Chefredakteurin ist heute hier und Ulrich Sonnenschein, der Autor, den Sie auch vom Hessischen Rundfunk kennen, wird dann das Gespräch nachher früher. Aber jetzt freue ich mich zunächst mal, dass wir eine der großartigsten Regisseurinnen unseres Landes heute zu Gast haben. Sie hat Hotel Very Welcome gemacht und mit Hedi Schneider steckt fest, unter anderem auch den hessischen Filmpreis gewonnen, denn er spielte in Frankfurt. Schön, dass du da bist, liebe Sonja. Sonja Heiß, meine Damen und Herren. Guten Abend. Jawohl. Liebe Sonja, du bist jetzt gerade angereist. Machst du denn sowas oft, diese Touren mit deinem Film, ist das was, was dir Spaß macht? Gar nicht so viel tatsächlich, weil irgendwie man muss ja auch weiter arbeiten. Bei diesem Film, bei so, bei diesen großen gibt es dann auch oft nicht so, also früher bei den kleinen Filmen hat man so Kino-Tour gemacht und dieses Mal hatte ich gar nicht so eine Kino-Tour. Aber so ein paar Ausflüge finde ich toll. Klasse. Es ging los auf der Berlinale mit dem Film, den wir heute sehen. Wie war das für dich? Das ist ja schon so mit, dass die größte Auszeichnung in Deutschland auf der Berlinale zu laufen. Wie war dein Erlebnis? Es war eine ganz tolle Premiere, die war wirklich Wahnsinn. Es war eine unglaubliche Stimmung. Ich war so ein bisschen mit der Reihe nicht so ganz zufrieden, der Film lief. Aber dann war diese Premiere wirklich fantastisch. Also wirklich ein Traum. Und die Presse war vor allem auch wahnsinnig gut. Es war zum Kino-Start. Es war ja direkt zum Kino-Start. Und das war dann ganz toll. Und dass dann der Film dann sogar in den Tagesthemen und so kam, das war schon so wow. Passiert nicht so oft, glaube ich. Ne, klasse. Du bist auch Frankfurt-mäßig ein bisschen verliebt, habe ich so rausgehört. Du hast in dieser Stadt schon gedreht und wirst auch wieder drehen. Was findest du an Frankfurt so toll? Ja, was ich an Frankfurt oder an bestimmten Gegenden Frankfurt so mag, ist, dass sich hier so mehr vermischt. Also in Berlin hast du, ich lebe ja in Berlin, da wohnen alle Türken und da wohnen alle Hipster und da wohnen alle so und so. Und was ich hier so mag, ist, da kreuzt ein Inder und hinter mir läuft eine japanische Familie und so weiter. Und das hat so was. Obwohl es ja gar nicht so eine große Stadt ist, dann doch Ecken, denen sich so international anfühlt. Das find ich ganz toll. Das gefällt mir sehr gut. Da gibt's schon Applaus. Also find ich toll. Danke, dass du da bist. Und du drehst auch bald wieder. Vielleicht wird's nachher auch noch erwähnt. Oder kannst du schon was verraten? Ja, ich dreh Anfang nächsten Jahres eine Serie fürs ZDF, eine Staffel und die spielt in Frankfurt auch. Genau. Super. Das Tolle ist ja auch bei dieser Reihe, wir zeigen natürlich keine Werbung, sondern einen Vorfilm. Und der ist in dem Fall aus deinem eigenen Werk. Und wir gehen ganz, ganz nach vorne zurück. Der ist noch auf 35 Millimeter tatsächlich. Christina ohne Kaufmann. Gedreht wurde er auf 16 und dann gab's eine 35 Millimeter Kopie. Und man muss dazu sagen, das ist wirklich ein schräger Film. Und ich hab den damals mit einer Freundin zusammen geschrieben. Und dann hab ich ihnen an der Filmhochschule, hab ich denen das Drehbuch gegeben. Und da haben die gesagt, das können Sie nicht drehen. Das erlauben wir nicht. Und ich so, ja wieso denn? Die reden ja über gar nichts. Und ich so, das ist ja die Idee von dem Film. Sie werden's gleich erkennen. Und es war wirklich schwer, das durchzusetzen, dass ich diesen Film drehen durfte. Am Ende hab ich mit dem Film mehr Preise gewonnen, also mehr Preisgeld gewonnen, als er gekostet hat. Das hat dann alle überzeugt. Aber er ist wirklich schräg. Und es war quasi der Auftakt von Komplizenfilmen, kann man so sagen. Ich hatte vorher schon einen Komplizenfilm gedreht, 45 Minuten Karma-Kaube, so eine Fiction-Loku. Das war schon 1999 war der erste Komplizenfilm, den wir zusammen gemacht haben. Und den hab ich auch sehr schnell gemacht. Und ich weiß noch, dass ich dann diese Nachricht bekommen habe, dass er so Preise gewinnt und so. Als ich schon Hotel Very Welcome gedreht habe, war ich in Thailand. Klasse. Also wir freuen uns sehr. Die Kopie ist aus den Tiefen des Archivs der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Sieht glaub ich auch echt hart aus. Wir freuen uns sehr analog, das zu gucken. Und dann geht's digital weiter. Deswegen kurze Umschaltpause dann vor dem Hauptfilm. Willst du uns noch dazu kurz was vorweg schicken oder alles nachher? Ach nee, eigentlich nicht. Was soll man bei einem Film vorweg schicken, außer viel Spaß. Genau. Nachher spricht Uli Sonnenschein. Danke Sonja Heiß schon mal. Und Film ab für Christina ohne Kaufmann. Und wann wird es endlich wieder so, wie es niemals war oder so ähnlich. Selbst Janine. Vielen Dank. Schön, dass Sie noch da sind. Ich muss ja schon sagen, diese Schlussszene mit Cosmic Dancer. Wer hätte vor über 40 Jahren gedacht, dass dieses Stück sich so lange hält, dass er im Jahr 2023 einen solchen Film beschließt. Schon großes Genie, dieser Mark Bowlen. Ich fand überhaupt, die Musik hat eine wichtige Rolle gespielt, auch für mich beim Gucken. Tolle Wiederbegegnungen mit alten Hits, aber auch ganz unbekannte Stücke. Wie hast du da gearbeitet mit der Musik? Naja, also es gab schon so Sachen, die hatte ich natürlich vorher schon, wie Eisbär und Felicità. Da sind die Szenen ja drauf geschrieben. Und dann war klar, dass ich natürlich auch Musik brauche, um diese Zeit zu erzählen, dieses Gefühl aus dieser Zeit. Ich habe einen super Musikberater und es hat mir auch Spaß gemacht, durch diese ganzen 80s-Dinger durchzuhören. Ich liebe auch Musik und setze mich gerne damit auseinander. Allerdings fand ich es wichtig, dass man nicht diese ganz abgelutschten 80s-Sachen nimmt. Und dass man, also so wie Enola Gay und so, sind schon Hits gewesen, aber es läuft jetzt nicht auf jeder Party rauf und runter. Und es läuft vor allen Dingen nicht in so vielen Filmen. Stimmt, ja. Genau. Was mir sofort aufgefallen ist, ist so diese Stimmung dieses Films. Die Bücher haben ja keine Bilder, also man weiß nicht so genau, wie das da ausgesehen hat, aber man hat natürlich eine Vorstellung. Und diese so ein bisschen Überzeichnung, so ein bisschen was Irreales, so ein bisschen was Märchenhaftes und dann auch wieder im Detail was sehr akkurat Historisches. Wie hast du diese Stimmung erarbeitet? Beim Dreh oder war dir vorher klar, das muss so ein bisschen anders aussehen? Naja, also es ist ja aus der Perspektive eines Kindes fängt dieser Film ja an. Es ist ja immer Joachims Perspektive und ich weiß als Zuschauer ja auch nie mehr als er und mir war ganz wichtig zu erzählen, dass es toll war, auf diesem Psychiatriegelände aufzuwachsen in den 70er Jahren. Und deswegen muss ich ja eine eigene Welt schaffen, so ein bisschen was ganz leicht Märchenhaftes, was ein bisschen Überhöhtes, ein Ort, der für so ein Kind magisch ist, obwohl er total schräg ist und ja auch irgendwie mitunter manchmal erschreckend oder auch sehr komisch und skurril. Und damit fing das so alles an. Und dann war es mir irgendwie auch wichtig, eine visuelle Welt zu erzählen, so einen eigenen Kosmos und dabei zu versuchen, mal ein paar Klischees, die man über die 70er und 80er hat, zu umschiffen. Also es gibt zum Beispiel, es gab ein Orange-Verbot. Priegelblumenverbot. Genau. Es gibt keine orangenen Thermoskannen oder whatever, Telefone oder sonst irgendwas. Und eben auch nicht nur braune Schlagkorthosen und so weiter und so fort. Sich mal von diesem ganz simplen 70er Jahre Bild zu lösen, was ich ja auch glaube, was gar nicht stimmt, weil ich glaube nicht, dass in den 70er Jahren schlagartig niemand mehr irgendeinen Gegenstand oder irgendeine Klamotte aus den 60er Jahren hatte, zum Beispiel. Und in jedem Land anders natürlich. Du bist 76 geboren. Das heißt, die 70er Jahre sind so bewusst eher an dir vorbeigezogen. Du bist eher ein Kind der 80er. Was hast du von deinen eigenen Lebenserfahrungen mitgenommen? Naja, so diese 80er, dieses Sachen auf Kassette hören, verliebt sein und also dieses Gefühl, was er da hat. Gut, im 80er war ich auch noch, ich bin 76 geboren. Naja, gut, Ende 80er war ich dann. Verliebt? Vielleicht noch nicht. Ende 80er. Ja. Ja, so gut. Aber es ist ja so ein bisschen, hier so Ende 80er, Anfang 90er, weil die kann man auch nicht so richtig unterscheiden oft. Aber ich habe diesen Teenager schon, da konnte ich mich an vieles wahnsinnig gut erinnern eigentlich. Das ist ja schon eine Coming-of-Aids-Geschichte, die Geschichte eines Heranwachsenden ganz deutlich, auch erzählt über diese drei Lebensalter, Kindheit, Jugend, Erwachsenensein. Das nun übertragen in eine Welt, wo Normalität überhaupt kein Begriff ist, wo alles existiert, nur eben keine Normalität. Das umzusetzen, glaube ich, war eine sehr starke Herausforderung, oder? Ich finde ja immer diesen Begriff eben Normalität so lustig. Ich hatte so ein Radio-Unterview vorgestern und da hat jemand, ja, haben Sie so eine Vorliebe für so verrückte Stoffe und so? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was ich wirklich verrückt finde? Das sind so Leute, die so ein ganz langweiliges Leben leben. Also ich finde Normalität ist so ein ganz absurder Begriff, weil was ist denn schon normal? Und ich wirklich, also ich finde zum Beispiel Leute, die total sparsam sind und was weiß ich, also vielleicht normale Kriterien, finde ich überhaupt nicht normal. Also das ist so und das ist ja auch das Tolle an diesem Thema und an diesem Buch, nämlich was ist denn überhaupt normal? Das stellt es ja alles in Frage und auf den Kopf und das hat mich daran auch so fasziniert. Du hast ja mit Menschen mit Beeinträchtigungen gedreht, mit Menschen, die eben genau nicht normal sind und für die ihr eigenes Leben wahrscheinlich völlig normal ist. Wie war das Arbeiten? War allen zu jeder Zeit klar, dass da ein Film entsteht? Ja, ja klar. Also absolut. Also es war ein großer Casting-Prozess auch und dann haben wir ja so eine Art System, mussten wir entwickeln, wie das funktioniert. Weil je nach Schwere der Beeinträchtigung ist es natürlich auch nicht so einfach mit den Texten, mit dem Auswendiglernen. Auf der anderen Seite konnte ich nicht auf einmal diese Szenen improvisieren, weil dann hätte man gemerkt, dass der Film auf unterschiedliche Arten und Weisen entstanden ist und das spürt man dann als Zuschauer und dann haut es einen so vom Improfilm in einen Spielfilm und dann merkt man, dass man einen Film guckt und das soll man ja irgendwann vergessen. Man soll ja in diese Geschichte eintauchen. Und dann haben wir so ein System gefunden, dass wir, die haben alle einen Knopf im Ohr und kriegen quasi den Text souffliert und das fanden sie auch ganz super, weil es hat sie befreit davon, dass sie, also es ist ganz oft so auch bei Menschen mit Beeinträchtigungen, dass sie die Sachen besonders gut machen wollen und die wollen dann absolut keinen Fehler bei einem einzigen Wort machen, was sie da, und deswegen waren die dann wahnsinnig angespannt und das hat sie so befreit und dadurch können sie, konnten sie dann einfach ganz normal so mitspielen und das hat sehr gut funktioniert zwischen den Schauspielern und den Laiendarstellern. Hattest du nicht Angst, als du das Projekt angefangen hast, war ja klar, du wirst mit Menschen, du wirst Behinderungen darstellen müssen, mit wem auch immer, dass du da in so einen, also ich finde das ist wirklich die große Qualität dieses Films, so eine berührende Ebene zu schaffen, die weder bloßstellend noch irgendwie juristisch noch sonst irgendwas ist, das hinzukriegen, war das nicht, hast du nicht Angst gehabt? Total, ich hätte super Angst, also ja, weil es hat ja auch noch so viel Humor und dann könnte man ja sagen, man macht sich lustig über Menschen mit Behinderung, so. Aber ich habe mich da halt langsam und jahrelang echt vorgearbeitet, so ne, und ich war dann ganz viel auch in Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen, aber das ist ja auch eine Psychiatrie, ne, also nur, dass in den 70ern und 80ern Menschen mit Beeinträchtigungen in Psychiatrien untergebracht waren, was ja jetzt nicht mehr der Fall ist. Und da habe ich dann zum Beispiel auch viel an dem Drehbuch nochmal umgeschrieben, nachdem ich mit in so Einrichtungen war, weil ich dann gedacht habe so, ja, okay, tatsächlich auch in dem Roman von Joachim sind die alle immer sehr lieb und nett und super und so. Und dann dachte ich so, ja, aber Menschen mit Beeinträchtigungen sind so unterschiedlich wie Menschen ohne Beeinträchtigungen. Und da gibt es auch mal jemanden, der motzt nur rum und hat schlechte Laune. Deswegen gibt es die Frau, die immer alles Kacke findet, ne. Er schmeckt scheiße, der Kuchen schmeckt scheiße, das Wasser schmeckt nach Tod und so. Und weil ich da auch solche Leute getroffen habe und dass man das auch eben, ja, wir sind so unterschiedlich wie wir eben auch. Und ich habe mich da halt langsam vorgearbeitet. Und das andere war der psychiatrische Teil, da war ich auch viel in psychiatrischen Kliniken und so. Und jetzt musste ich ja Komparsen, die nicht psychisch krank sind, inszenieren. Und die sind ja jetzt normalerweise keine Oscar-nominierten Schauspieler. Das heißt, was kannst du sozusagen machen, dass du eine Psychiatrie darstellst, ohne dass es wie so ein Psychiatrie-Theater wirkt. Das war auch, da hatte ich dann so Solisten, auch physische und so, was können die Komparsen machen und so. Weil man kann ja nicht sagen, ich hätte gerne, könnten wir bitte jetzt alle Komparsen mit einer Schizophrenie hier haben, ne. Da kann man dann auch, kann man ja auch nicht dann zehn Takes drehen oder so. Da haben die wahrscheinlich keinen Bock mehr, schätzen wir. Aber das kriegt man auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es einfacher dann ist, am Ende mit Menschen zu drehen, die einfach sie selbst sind, als mit Leonardo DiCaprio, der einen geistig behinderten Jungen spielt. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man so eine Hauptrolle hat. Da würde ich mich ja nochmal gesondert mit auseinandersetzen, glaube ich. Aber an sich war für mich ganz schnell klar, auf gar keinen Fall, dass ich nicht, dass ich Menschen ohne Beeinträchtigung, Menschen mit Beeinträchtigung spielen. Weil, also A, also warum? Es gibt genug Menschen mit Beeinträchtigung, die Lust haben mitzuspielen und die auch talentiert sind. Und das andere ist, man kann das nicht spielen. Meiner Meinung nach kann man das nicht spielen. Man kann nur so ein Klischee davon spielen. Weil, also das ist auch eine Körpersprache, das ist was, das kann man nicht spielen. Also ich fand damals Leonardo DiCaprio in What's Eating Gilbert Grape ist das ganz gut gelungen. Ja. Ja, ich glaube auch bestimmte Behinderungen kann man ganz gut spielen und andere, also so spastische Sachen, die kann man, glaube ich, ganz gut so physisch üben und so. Da kommt es auch auf die Beeinträchtigung an. Der Grundton im Film ist komisch, würde ich sagen, obwohl es natürlich auch tragische, tief traurige Momente gibt. Das Weihnachtsfest, was bei dir einen viel größeren Raum einnimmt als in dem Roman, zumindest prozentual. Der Tod des Bruders, der Tod von Marlene, der Tod des Hundes. Man darf eigentlich im Kino keine Hunde umbringen. Was liegt dir mehr, Satire oder diese melancholisch einfühlsame Menschenbetrachtung? Das kann ich gar nicht sagen, weil ich glaube, dass es das eine ohne das andere gar nicht gibt. Also es ist ja nicht satirisch, also ich bin ja nie zynisch sozusagen, satirisch. Ich mache mich ja nicht lustig, ich bin ja eher ironisch oder… Auch als der Joachim ausgewählt wird bei einem, den man sieht. Ja gut, es gibt schon ein paar laute Witze, aber es ist vor allem Humor. Und Humor entsteht doch eigentlich immer aus der menschlichen Tragödie und aus unserem tiefsten Schmerz und unserer tiefsten Verunsicherung und dem Leben. Und deswegen ist es für mich untrennbar verbunden und Lachen und Weinen sind für mich irgendwie auch so ganz nah. Und ich würde auch nicht einen Film machen wollen, in dem man nur lacht, aber keine anderen Emotionen hat, die tief gehen. Ja, das finde ich sehr löblich und sehr schön, dass es eben Platz ist auch für Slapstick, wenn Axel Milberg mit dem Gesicht im Matsch landet. Ja, ich meine, es stand ja auch super schon in dem Roman, das musste man natürlich so verfilmen. Aber da hat er sich ja auch wahnsinnig drüber gefreut. Er macht immer seine Stunts alle selber und das Größte für ihn war, dieses in den Matsch zu fallen. Der Film lebt ja von Andeutungen, also die Affären des Vaters beispielsweise werden nur angedeutet und dann eben andere Szenen, wie die gerade erwähnte mit dem Lass uns doch einen nehmen, bei dem man es sieht, das ist mein Sohn, werden dann ganz klar auserzählt. Das hast du wahrscheinlich im Drehbuch schon entschieden. Wo bleibst du auf der Andeutungsebene oder wo gehst du ins Detail? Ja, meistens schon, ja. Weil es ist ja so, dass die Vorlage sehr, sehr anekdotisch ist. Die hat keinen sozusagen Spannungsbogen, die war filmisch, es war wahnsinnig schwer, das filmisch zu adaptieren. Und demnach musste ich so einen kleinen Bögen bauen, die einen immer weiter schicken. Und demnach war es total wichtig, wo setze ich nur eine Andeutung, damit sozusagen ich gespannt bleibe, wie es weitergeht. Wo erzähle, an welcher Stelle erzähle ich was offen. Also das sind so ganz krasse Details, mit denen ich das wie so eine, wie so ein, ja, so ein ganz, ganz fein gesponnen habe, weil es hat ja jetzt nicht den großen Plot sozusagen. Und den konnte ich da ja auch nicht reinsetzen, weil es ist ja auch autobiografisch. Also konnte ich ja nicht sagen, so der kriegt jetzt noch drei Brüder und einer davon bringt den anderen um und dann und so weiter. Also es ging ja gar nicht. Ja, und es leben ja auch noch ein Großteil der Leute, nicht nur der Familie, sondern auch der Glöckner zum Beispiel, den es auch wirklich gibt, den auch noch lebt. Vielleicht muss man kurz eben erklären, was Joachim Meyerhoff gemacht hat. Er hat ein Kabarettprogramm, ein Bühnenprogramm, alle Toten fliegen hoch, hat er adaptiert und in Romanen umgesetzt, in Romanform gebracht. Und alle haben immer gesagt, das ist unverfilmbar, weil es eben, wie du sagst, keine Handlung gibt, sondern ganz viele kleine Geschichten, von denen wahrscheinlich drei Viertel erfunden sind. Und da ist ja ganz groß im Dramatisieren von erfundenen Geschichten und man weiß dann, es ist erfunden und macht trotzdem immer weiter. Er sagt ja auch, erinnern heißt erfinden. Genau, genau. Deswegen habe ich mich dann irgendwann auch ein bisschen freier gefühlt beim Drehbuchschreiben, weil ich so dachte, naja, du hast doch auch schon erfunden, dann erfinde ich jetzt auch noch ein bisschen. Und wie hast du dich denn in diesem Kosmos, das sind inzwischen fünf Romane, von denen dieser hier wahrscheinlich der umfassendste ist, weil der den größten Zeitraum 70er, 80er, 90er Jahre beinhaltet, wie hast du dich bei dem Rest bedient? Also eigentlich gar nicht. Ich bin bei dem Roman geblieben. Ich habe mich komplett darauf konzentriert, aber auch den sehr früh dann irgendwann losgelassen in diesem Drehbuchschreibprozess. Und es gibt wirklich, es gibt schon vieles, wo ich weiß, okay, das habe ich geschrieben und nicht Joachim Mayerhoff, das stand nicht in dem Buch und so, aber es gibt echt auch mittlerweile viele, viele Stellen, bei denen ich nicht ganz weiß, stand das schon so im Roman oder habe ich mir das ausgedacht? Ich weiß es nicht mehr, weil ich habe dann irgendwann nicht mehr nachgeguckt, weil ich es nicht mehr wollte, weil ich wollte, dass es ein eigenständiges Kunstwerk wird, sozusagen in dem Geiste, das komplett den Geist dieses Buches trifft. Aber ich dachte nur, wenn ich mich sozusagen bis zum Gewissen gerade frei mache, dann kann es auch funktionieren. Ja genau, sonst wäre es nämlich schiefgegangen, glaube ich auch. Joachim Mayerhoff ist ja nicht nur Schauspieler, sondern hat auch Regiearbeiten fürs Theater gemacht. Mit dem Film kennt er sich nicht so gut aus. Wie war eure Zusammenarbeit? Die war nicht sehr eng, also weil er wollte das schon auch loslassen. Er hatte dann so bei der ersten Drehbuchfassung, hat er glaube ich, einen Schock. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Drehbücher lesen sich ja auch so schlecht, also im Vergleich zu Literatur. Und dadurch, dass er nicht so viel dreht, ist er das ja auch nicht so gewohnt. Und dann hat er dieses schön geschriebene Buch da geschrieben und da kommt dann auf einmal so ein Ding an und er sagt, Joachim kommt zur Tür rein, Joachim Doppelpunkt. Also es ist ja immer alles so furchtbar, also so ein Drehbuch zu lesen, macht ja überhaupt keinen Spaß. Ich glaube, das war schon so ein Ding und dann auf einmal dieses alles Fremde und sein eigenes Leben. Und dann wurde ihm, in dem Moment wurde ihm dann nochmal klar, oh Gott, meine ganze Familie und so, da wird jetzt ein Film draus, ach du Scheiße. Und dann haben wir uns aber zusammengesetzt und von da an war das ziemlich easy. Und er hat dann so zwei, drei Drehbuchfassungen noch gelesen, ein bisschen Feedback gegeben. Und für den Dreh hat er komplett los. Also wir haben ihm das Casting geschickt, da hatte er sozusagen keine Einwände. Wir haben ihn jetzt nicht einbezogen, sondern der wäre es jetzt übrigens so. Das ist dein Vater, das ist deine Mutter. Ist okay, ja. Und dann wollte er erst den ganz fertigen Film sehen, weil er dann auch Angst hatte, dass er sozusagen im Prozess stört, weil es ihn irgendwie emotional trifft oder irgendwas. Und er hat gesagt, er will da nicht stören, er will den komplett fertigen Film erst sehen. Er ist einfach ein sehr netter Mensch. Gab es denn die Überlegung auch, dass er vielleicht irgendeinen anderen Anstaltsarzt oder den Hausmeister oder so eine kleine Nebenrolle macht? Nee. Also er hat es nie geäußert. Ich habe den dann auch nie gefragt. Aber weil ich auch dachte, er hätte es ja sonst geäußert. Aber ich dachte eben auch und ich glaube, das dachte er auch, das ist besser. Er hat gar nichts zu tun mit diesem Dreh. Weil wenn man dann auf einmal sieht, wie das eigene Leben so künstlich reproduziert wird sozusagen, ich glaube, und dann sieht man auf einmal irgendeinen Kampasen da langlaufen und denkt, so war das doch gar nicht oder so. Also ich glaube, dass es emotional total gefährlich ist und dass dieses sich da dann komplett zurückzuziehen die beste Taktik ist für den Autor. Wie schnell stand denn das Cast fest, zumindest in den Hauptrollen David Striezo und Laura Tonke? Wir haben relativ lange gecastet, obwohl Laura ja auf der Hand gelegen wäre. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich diese Frau Meierhoff ist und wir haben relativ viele Frauen gecastet, also so viele auch nicht. Und Männer, und da muss sie ja immer Konstellationen auch dann casten. Das hat schon ein bisschen gedauert. Aber ihr habt dann ja doch eher auf Star-Vehicle gesetzt, oder nicht? Ja, David ist einfach saugut. Star oder nicht, ist halt einfach, David ist einfach wahnsinnig gut auch in der Rolle gewesen. Er konnte diesen Professor ausfüllen. Er kann sowohl diesen harten, schwierigen Mann super spielen, als auch diesen nahbaren Typen und diese Komik. Das ist auch eine ganz schön schwierige Kombination. Aber klar, das ist ein Film, der relativ viel Geld gekostet hat und ein paar Millionen davon kamen von Warner. Da kann man jetzt nicht nur komplett unbekannte Menschen besetzen. Hat denn die Familie Meierhoff den Film gesehen mit dir zusammen und wie haben sie reagiert? Ja, wir haben den zusammen alle im Kino geguckt. Der Vater ist tot. Ja, genau. Aber die Mutter nicht. Der Lebensgefährte war da und seine Töchter. Und die Tochter spielt auch eine kleine Rolle. Also eine ganz klein, so eine Krankenschwester. Und die waren ganz begeistert, Gott sei Dank. Es war ganz toll. Und die Mutter war dann auch nochmal bei einer Hamburg-Premiere. Wir hatten so eine kleine Hamburg-Premiere. Und sie sagt, es ist natürlich alles völlig anders und ich war auch total anders, was ja total gut ist. Aber andere Sachen erkennt sie dann wieder und so. Und die war ganz glücklich. Ich war wirklich glücklich damit. Das hat mich gefreut. Ich fand das faszinierend, dass sie mit ihren 80 Jahren oder über 80 Jahren mit den Romanen ihres Sohnes tourt und daraus vorliest vor Publikum. Ja, das ist abgefahren. Ja, also das finde ich auch. Aber ich finde es, ja. Also wenn ich mir das vorstelle, meine Mutter würde meine Bücher vorlesen. Ich habe ja auch Bücher. Und wenn sie selbst drin vorkommt vor allen Dingen. Und dann so. Ja, meine kommt ja, nee, kommt natürlich nicht drin vor. Ja, schräg, oder? Aber es ist ja toll, dass sie dann auch so ein Verhältnis haben, dass er das mag, dass sie das macht und so. Finde ich super. Was ich noch bemerkenswert fand, ist die Tatsache, dass der erste Kuss von Josse auch der erste Kuss des Schauspielers war. Ja. Ja, ach Mensch. Ist das tragisch oder ist das nicht wunderbar, dass man seinen ersten Kuss der Welt offenbar hat? Ich habe da so ein ganz gemischtes Gefühl dazu. Einerseits fühle ich mich so total schuldig, weil ich so denke, der arme Kerl, den ersten Kuss war nicht alleine ohne mich. Und einem Kamerateam und so erlebt. Auf der anderen Seite fand er es, glaube ich, super. Er fand es super. Er hat, und ich habe eben zum ersten Mal, und das ist echt verrückt, habe ich den Herzschlag eines Schauspielers durch die ComTech gehört. Also ComTech heißt, die haben ja so kleine Mikros auch am Körper und ich habe so Kopfhörer auf und höre besonders guten Sound damit eben. Und dann habe ich immer gehört, bumm, 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 bumm. Und ich so, was ist das denn? Ist da irgendwas kaputt? Und dann sagt auf einmal die Coachfrau, das ist ein Herzschlag. Es war so, es war Wahnsinn, es war echt verrückt irgendwie. Und dann, er erzählt es auch selber, deswegen darf ich es auch erzählen, sonst hätte ich es gar nicht gemacht. War es auch einfach so, ich hasse Fake-Küsse in Filmen, ich mag das überhaupt nicht. Ich, ähm, ihr müsstet sich jetzt schon richtig küssen. Das war nicht richtig geküsst und so, dann muss der. Habe ich da immer so, ja nee, jetzt nicht nur so. Was ja schon ein bisschen gemein ist, wenn er es nicht weiß. Aber er fand es super und ich habe ihn natürlich auch vorher gefragt. Und also wir, es ist natürlich alles total, wir haben ja auch, das steht ja auch im Abschauen, Intimitätscoach und so weiter und so fort. Das ist alles komplett. Ihr habt noch während Corona gedreht, ne? Ihr habt Hygienebestimmungen beachtet, das sieht man im Abschauen. Ja, wir haben die ganze Zeit immer diese, jeden zweiten Tag, diese PCR-Tests oder jeden Tag. Und dann hatten wir trotzdem Riesenprobleme. Laura hatte ewig, war sie positiv und der ging schon voll gut und dann ging dieser PCR-Wert nicht runter. Und wir hatten es beinahe nicht geschafft, den Film zu Ende zu drehen, wirklich um so ein Haar. Weil sie einfach nicht mehr gesund wurde und dann hatte David andere Verpflichtungen und diese Villa, in der wir gedreht haben, die war verkauft und wir haben die Zwischenzeit genutzt und haben das alles ja tapeziert und eingerichtet und so weiter und so fort. Und die war dann weg. Also das war echt… Musst du dir die Räume nachbauen oder im Studio? Ja, das hätten wir dann. Also es hat dann Gott sei Dank alles noch geklappt und dann haben wir keinen Abschluss festgemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich mache nur so eine ganz kleine, kleinster Kreis, Party und wir haben ja jetzt alle einen frischen PCR-Test. Dann habe ich zum ersten Mal Corona bekommen. Und noch jemand, ein asymptomatischer Träger hat sich wohl unter uns befunden. Du hast mit Dokumentarfilmen angefangen und hast dann mit Jan Bonny zusammen Werbefilme gemacht. Ist das eine Mischung, die zu sowas führen kann? Das habe ich erst parallel gemacht. Also ich habe ja nie so einen richtigen… Also ich habe Dokumentarfilm studiert, aber ich habe ja nie so richtigen Dokumentarfilm gemacht, sondern nur so Mischformen. Und ich habe tatsächlich in der Werbung gearbeitet, bevor ich Dokumentarfilm angefangen habe zu studieren und habe mein Studium mit Werbe-Castings und dann auch Werbe-Regie mir finanziert. Nee, ich glaube nicht, dass das dabei rauskommt. Die Werbung macht man… Habe ich natürlich in erster Linie gemacht zum Geldverdienen, ne? Natürlich, aber Werbung ist ja… Die Werbeästhetik ist immer eine Ästhetik, die auf eine Pointe hinausläuft mit einer, maximal zwei Szenen, relativ schnell. Und euer Name ist Sonny und Bonny. Das sagt mir schon, dass das eher eine humoristische Herangehensweise war. Naja, lag halt auch auf der Hand. Sonja, Sonny ist mein Spitzenname und er heißt Jan Bonny. Und klingt wie Sonny und Cher und… Oder wie Bonny und Clyde. Ja, genau. Oder wie Bonny und Clyde, deswegen fanden wir das irgendwie gut. Du hast bei Maren Ades Film Der Wald vor lauter Bäumen mitgearbeitet. Maren Ades hat deinen Film jetzt produziert. Habt ihr viel voneinander gelernt? Ist vielleicht doch die bessere Frage. Naja, wir haben ja zusammen studiert auf der Filmhochschule. Wir haben schon alle unsere Filme zusammen gemacht und immer gegenseitig geholfen. Maren hat ja zuerst Produktion studiert und dann irgendwann ist sie in die Regieklasse gewechselt und Komplizenfilm war mal ganz am Anfang immer nur abwechselnd Marens und meine Filme. Also ziemlich lang bis dann der erste… Also es war irgendwie, ja, unsere Kurzfilme und dann war es Der Wald vor lauter Bäumen, Hotel Very Welcome und alle anderen hier die Schneider und dann kamen langsam andere Leute dazu. Aber wir waren so eine Filmhochschul-Freundestruppe und wir haben echt noch zu lustigen Zeiten angefangen. Ich weiß noch, wie wir… Wir haben immer früher… Wir haben ja in München studiert, im Müllerschen Volksbad, im Warmwasserbecken haben wir dann unsere Filme besprochen und so. Um dann Teil der Berliner Schule zu werden. Oder auch nicht. Wer weiß es. Du hast vorhin erzählt, du machst eine Serie fürs ZDF. Machst du denn auch einen neuen Film? Ja, ich arbeite gerade an einer Komödie und dann ist noch die Frage, ob aus Rimini vielleicht eine Serie wird und ich muss aber meinen Roman meinen nächsten aufschreiben und eigentlich dachte ich aus dem dann auch vielleicht gleich einen Film zu machen. Ich würde jetzt gerne mal so zwei fliegen mit einer Klappe, damit nicht immer alles so 100 Jahre dauert. Das heißt, zur selben Zeit erscheint das Buch und der Film dazu? Ja, nicht ganz, aber so mit so, nicht mit sieben Jahren Verzug oder so. Also irgendwann ist man dann ja auch alt. Na ja, das dauert noch. Wenn Sie Fragen haben, dann kommt der Kollege Urs Spörri mit einem Mikrofon, was er mir jetzt nicht wegnimmt. Nein? Wir haben es vorhin getestet, deswegen muss ich mit deinem leider, du bist jetzt stumm, aber danke bis dahin schon mal. Wenn Sie Fragen haben, geben Sie mir gerne ein Handzeichen oder auch wenn Sie nur eine Anmerkung haben. Ja, erstmal bedanke ich mich. Ich fand den ganz spannend und großartig und sehr speziell diesen Film und mich plagt die Neugier. Wie kamen Sie dazu? Was war Ihnen so attraktiv an dem Buch? Denn das Buch gibt es ja, ich kenne es nicht. Ja, was hat Sie da so, was war die Affinität? Das Buch hat mir Hans Löw, der Schauspieler meines Films davor, Hidi Schneider steckt fest, den ich größtenteils in Frankfurt gedreht habe, geschenkt. Er hat gesagt, liest es mal, es gefällt dir bestimmt, das ist dein Humor, der hat den gleichen Humor wie du. Und dann las ich das und dachte so, das ist Wahnsinn, ich lache hier, ich habe seit 100 Jahren nicht mehr bei einem deutschen Buch gelacht und gleichzeitig hat es mich total berührt. Und ich habe gedacht, das ist doch super, dann musst du dir nicht mal von vorne eine Geschichte überlegen, dann geht es auch schneller. Und das war aber total Trugschluss. Dadurch, dass dieses Buch eben so anekdotisch ist, habe ich für das Drehbuch länger gebraucht fast, als hätte ich mir selber einfach was ausgedacht. Das war ärgerlich. Aber ansonsten war es natürlich super. Und was natürlich auch, das Buch war super erfolgreich, also war klar, ich werde auch mehr Budget bekommen, um auch einen größeren Film drehen zu können. Und worauf ich auch mal Lust hatte nach, Hedi Schneider steckt fest, hatte 1,3 Millionen. Das war wirklich wahnsinnig wenig Geld. Es fehlte hinten und vorn, dass man mal wirklich auch filmisch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, als Regisseurin auch so zu spielen. Also bei Hedi Schneider, da habe ich mir dann so vorgestellt, das ist jetzt wie bei Punchdrunk Love und dann gibt es ja diese ganz lange Steadycam-Sequenz und gehen die da lang, da lang, da lang. Es endete dann in so einem Schwenk. Weil halt immer das Geld fehlt. Und es war so schön, dass jetzt, also ich konnte auch bei Weitem nicht alles machen, was ich hätte machen wollen, aber ich konnte als Regisseurin schon, hatte ich sehr viel mehr Möglichkeiten. Das war toll. Die Ausstattung. Genau, die Ausstattung zum Beispiel. Du hast uns vorhin gesagt, dass ein Film dieser Art vermutlich in Zukunft nicht mehr so dieses Budget haben wird. Warum glaubst du das? Naja, weil die Kinozuschauer in einem bestimmten Alter zum Beispiel auch abgenommen haben. Also ich glaube, jetzt gerade baut man so auf, sozusagen Sonnenbeton, Rheingold, jetzt für die Jungen. Aber ansonsten ist es halt so, dass du, du machst halt jetzt, wenn du jetzt 500.000 hast, dann hattest du vor Covid, hattest du eine Million. Also das hat sich ungefähr halbiert in diesem Sektor der nicht, jetzt sagen wir mal jungen, super jungen Zuschauer. Und die Kosten andererseits für Filme sind total gestiegen und du brauchst ein unglaublich hohes Budget für solche Filme. Und dann brauchst du mindestens eine Million Zuschauer und die kriegst du nur, wenn du sozusagen platter bist. Also klareres Mainstream-Kino machst. Also das ist ja, also mein Weltvertrieb nennt das Smart House. Also eine Mischung aus Art House und Entertainment oder wie auch immer, Smart House, sagt ja eigentlich schon alles. Und genau, das ist in Deutschland ja sowieso noch nie besonders groß gewesen. Hier gibt es ja eigentlich nur laut oder leise letztlich größtenteils und das wird jetzt noch viel schwieriger. Ja, danke dir. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare von Ihrer Seite? Also erstmals, den Film fand ich echt toll. Ich finde, man hat schon echt lange sowas nicht gesehen, auch im Kino. Meine Frage an Sie wäre, also Sie sind jetzt schon länger in der Filmindustrie. Was ist so das Größte, was Sie gelernt haben oder wovon Sie überrascht waren? Oh Gott. Oh Gott, jeden Tag werde ich überrascht. Manchmal positiv, manchmal negativ. Dieser ganze Beruf ist eine einzige Überraschung, würde ich mal sagen. Und das ist manchmal schön und toll und das macht das Leben abwechslungsreicher. Und manchmal denkt man sich, warum habe ich nicht verdammt nochmal einen ordentlichen Job, weil ich weiß, was auf mich zukommt übermorgen. Also das hat so seine Vor- und seine Nachteile. Aber ist schon toll. Also jammern kann man da nicht. Aber ist anstrengend. Ja, vielen Dank für diesen wunderbaren Film, der glaube ich noch lange nachheilen wird. Ich habe zwei Fragen bei der ersten Frage. Das bezieht sich so ein bisschen auf diese filmischen Momente, die mir so gut gefallen haben. Zum Beispiel, wenn er durch diesen fast schon verwunschenen Garten geht, auf die verschiedenen Bewohner und Bewohnerinnen trifft und dann zum ersten Mal den Glöckner erlebt und die Kamera kreist um ihn herum. Er verliert völlig das Gefühl für den Ort und wir auch. Und dann plötzlich ist dieser Glöckner da. In dem Moment ist auch, glaube ich, der Ton ganz weg. Und dann, ein anderer Moment, da ist er vor dem Aquarium und dann hört man auch so seltsame Geräusche im Hintergrund, wo ich so dachte, hier wurde auch sehr genau mit dem Sounddesign gearbeitet. Tiefsee hört man. Ah ja. Und dann dachte ich … So Wal, auch ein bisschen Wal und so. Und das immer wieder, auch wenn er ans Fenster ging oder wenn Außengeräusche zu hören waren. Und dann dachte ich, ich kenne jetzt den Roman nicht. Gab es da Situationen, in denen Roman, die sie toll fanden, aber bei denen sie jetzt so keine filmische Idee hatten für die Realisierung? Oder war das sehr einfach, dafür jeweils so eine Umsetzung zu finden, bei der man sagen muss, ja, das ist jetzt im Grunde eigentlich sehr spezifisch Literatur. Und wie schaffe ich jetzt den Transfer, um so einen Moment zu schaffen, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe? Und die zweite Frage ist vielleicht ein bisschen speziell, aber ich … Ja, kann ich erst mal die erste, sonst kann ich es mir nicht merken. Also, nee, eigentlich habe ich immer sofort Bilder gehabt bei dem allermeisten in dem Roman, aber ich habe ja sehr viel verändert, selbst erfunden und so, damit man da überhaupt eine filmische Geschichte draus machen kann. Und mit diesen Überhöhungen zu spielen, war so sehr früh so eine Idee von mir, die sich überall durchziehen, ja. Also, da gibt es … Es gibt auch Kleine, die merkt keiner. Zum Beispiel hat der Rektor ein riesengroßes Telefon, das ist viermal so groß wie ein normales Telefon. Oder die Mutter, die auf einmal Gina Lollobrigi da ist und dann nicht mehr. Und dann habe ich das eben auch in so kleinen Momenten gemacht, wie … Das finde ich ganz toll, dass du das bemerkt hast, mit dem Aquarium, mit dem Sound da. Wir haben sehr viel im Sounddesign gemacht. Also, dieses Spielerische, das hat mir so viel Spaß gemacht, weil dieses Erzählen aus der Perspektive eines Kindes und eines Jugendlichen hat mir das ja sozusagen erlaubt. Und dadurch, dass ich am Anfang schon diesen Ton gesetzt habe, dachte ich, muss der immer mal wieder vorkommen. Und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, ich weiß nicht, manche merken es, manche nicht, es gibt einen Patienten, der Huhu, Huhu macht. Den gibt es auch noch ganz am Schluss, kurz bevor der Vater stirbt zum Beispiel. Das sind alles eben so, ja, auch manchmal wie Metaphern, mit denen ich da spiele. An so Sachen habe ich aber auch eine große Freude. Das ist so dieses Spielerische am Filmemachen, da werde ich wie so ein Kind, da kann ich mich so dran erfreuen. Ja, die zweite Frage, vielleicht ein bisschen speziell, aber ich weiß, dass an der HFF in München gibt es die Abteilung 1, in der alle eine kleine und eine große Hausarbeit schreiben müssen, die so filmwissenschaftlich ausgerichtet ist. Mussten Sie das auch und fanden Sie das eher eine Hilfe oder war das etwas, durch das man sich durchgequält hat? Ach so, nee, gequält habe ich mich eigentlich nur in dem Fach Technik, weil da musste man ganz viel Chemie und Mathematik und Physik noch auf Lager haben. Und das hatte ich im Gymnasium immer so auf ganz mal kurz in den Speicher reinkloppen und sofort wieder vergessen gelernt. Dementsprechend, da habe ich es sehr gelitten. Aber diese Arbeiten fand ich eigentlich immer ganz gut, so filmwissenschaftlich. Und selbst in Technik habe ich dann mal so einen Film analysiert, die Kamera, Gasfenzenz, Elephant und so. Das fand ich eigentlich immer ganz gut, aus diesen Sachen habe ich viel gelernt. Und weil wir hatten ein sehr freies Studium, als ich da studiert habe. Ich hatte so einen Professor, der eigentlich nie da war. Der hatte immer so eine Mütze mit so einem Peace-Zeichen und der hatte noch so eine Konzertagentur und dem war eigentlich immer alles egal. Und ich hatte fast keine Seminare. Eigentlich habe ich überhaupt fast nichts gelernt da. Also ich habe das mir selbst beigebracht, größtenteils. Und da fand ich gerade so Arbeit, endlich lerne ich mal was. Endlich muss ich auch mal hier irgendwie was bringen. Das fand ich eigentlich gut. Ich hatte auch mal ein Seminar, das ist eine lustige Anekdote, bei einem berühmten Filmemacher, der ein Alkoholproblem hatte. Und dann kam der immer, der sollte uns alle betreuen und uns beibringen, wie wir Filme machen. Und wir haben jeder so einen kleinen Kurzfilm getreten, der sollte den immer betreuen. Und bei mir tauchte er einfach nicht auf und dann klingelte das Telefon und ich so, ja, hallo. Ja, wie läuft's? Ja, ja, ganz gut. Und ich kann leider nicht kommen, es geht um Leben und Tod. Und ich so, ja, okay, dann, naja, wenn es um Leben und Tod geht, dann halt nicht. Und dann, ich habe bei meinen Eltern gedreht und dann stand er plötzlich vor der Tür. Der war so ganz schwarz gekleidet, ich mache das auch mal so. Und, wie läuft's? Nicht so gut? Okay, tschüss. Das war mein einziges Seminar, wo mir ein Filmemacher mal richtig was hätte beibringen sollen. Das war schon, ich hoffe, es hat sich geändert. Aber vor dem Hintergrund würde ich gerne die Frage auch stellen. Ihr Komplizenfilm, finde ich, ist ja so die Produktionsfirma, die die spannendsten Sachen seit vielen Jahren in Deutschland macht. Ihr habt von Anfang an da so eine Art Komplizenschaft ja auch begründet aus verschiedenen Filmschaffenden, die da vielleicht eine ähnliche Haltung haben. Oder was, gib uns mal einen Einblick, was ist denn so der Spirit und welche Leute sind denn da wichtig oder was müssen die mitbringen, um bei Komplizen zu sein? Ich glaube, mittlerweile hat sich das sehr stark geändert. Komplizen ist total gewachsen und dadurch, dass sie sehr gewachsen sind, müssen sie jetzt zum Beispiel auch einfach Geld verdienen. Also da gibt es jetzt auch Entscheidungen, die man trifft, die einfach wirtschaftlich sind, was sie früher nicht tun mussten. Und es ist für mich schon mittlerweile gar nicht mehr überschaubar, weil sie auch so viele internationale Koproduktionen machen und so weiter und so fort. Also ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich kriege manchmal so, ach, was macht ihr denn da schon wieder? Ach, das dreht ihr jetzt? Und so, also das ist wirklich wahnsinnig viel. Das ist unglaublich. Auch in den letzten Jahren ist es auch nochmal schnell nochmal größer geworden. Aber es ist vor allem eine totale, die haben schon echt eine große Leidenschaft immer noch dafür, tolle Sachen zu machen und da irgendwie alles dafür zu geben. Und gleichzeitig, wie ich ja vorhin meinte, sich diesem veränderten Markt gegenüber zu sehen, glaube ich, indem es nicht mehr so leicht ist, wie noch vor 15 Jahren etwas finanziert zu bekommen, einfach weil man es toll findet. Also jetzt muss es irgendwie ja oft eine IP haben oder das und das Versprechen oder und zwar, es ist einfach nicht mehr so leicht und ich weiß auch gar nicht, wie das mit dem Arthouse-Film noch so, also mach mir da schon Sorgen, weitergehen wird. Danke dir. Ja, hier vorne. Ich möchte nochmal zu dem Film kommen und zwar, also ich fand da nicht sehr viel zum Lachen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Nein, weil ich zu vertraut bin mit Institutionen und auch Krankenbildern. Was mich sehr angerührt hat und da wollte ich wissen, ob das im Buch auch so vorkam. Der kleine Josse, der hat ja diese Temper-Tantrums. Das ist natürlich äußerst lustig, dass der dann auf der Schleuder, auf dem Schleuderprogramm sitzt, auf der Waschmaschine. Fand ich sehr anrührend. Eine tolle Idee. Okay, aber als das Weihnachten dann ist und die Mutter diesen Brutanfall hat, ob das in der Romanvorlage dann auch so vorgesehen war oder ob das mehr ihrer Erfindungskapazität entspringt? Nee, tatsächlich ist es so, also dieses Weihnachten habe ich sozusagen, ich habe diese Szene mit dem Messer, da hat sie im Roman nur so ein bisschen Pansen zerschnitten und so, die habe ich sehr stark ausgebaut, dass sie da einzelne Pralinen in der Verpackung für Frau Ehlers macht und so. Diese Sachen, aber dieser Wutanfall, der ist so beschrieben in dem Roman, ja. Der ist da so und der war auch nochmal so ein kritischer Punkt, weil da eben auch in der Familie Mayhoff nicht ganz klar ist, ob er stattgefunden hat oder nicht. Und den fand ich aber auch wahnsinnig wichtig, einen wahnsinnig wichtigen Moment. Und wir haben das, Laura war die ganze Zeit krank, Corona, und wir hatten, das war der allerletzte Drehtag, wir hatten das alles hintereinander gedreht. Also diese Messerszene, dieser Wutanfall, also die ganzen wichtigsten Szenen von Laura einfach hintereinander. Wahrscheinlich, einfach durchgerockt, ja. Ich hätte eine Frage noch, auch zu der Szene. Also ich fand die extrem stark, also die war wirklich so sehr zentral und man hatte irgendwie auch das Gefühl, diese Gefangenheit dieser Frau kommt extrem gut raus. Auch gerade dann diese sehr enge Beziehung zu den drei Söhnen. Das andere, was ich besonders stark fand, war diese Geschwisterbeziehung zwischen den drei Brüdern. Dieses brutalste Fertigmachen und gleichzeitig dann, gerade dann am Ende, bevor er den Flug dann nach Amerika nimmt, doch so eine Achse, die dann auch zwischen den beiden entsteht. Wie ist es denn als Regisseurin, gibt es so eine implizite Identifikation, die dann irgendwie beim ersten Lesen und die dann einen im Film so begleitet? Gibt es da was, wo man sagt, okay, dem fühle ich mich, dieser Phase oder dieser Person fühle ich mich besonders nah oder hat man letztlich dann so eine professionelle Beziehung letztlich zu all den Charakteren, wo man das als Gesamtwerk dann versucht irgendwie darzustellen? Nee, ich glaube, ich muss mich allen nah fühlen. Das ist eine gute Frage. Nee, ich fühle mich allen nah. Also ich glaube, wie der Roman auch geschrieben ist, habe ich auch am meisten mit dem Vater gekämpft, sozusagen. Interessant ist auch, dass im Roman die Mutter so klein ist und ich habe sie im Film zu einer viel größeren Figur gemacht. Liegt aber auch daran, dass ich mich entscheiden musste, was mache ich überhaupt für einen Film hier, weil der Roman ist zum einen Vater-Sohn-Roman, aber auch ein Familienroman. Und beim Film, man muss sich entscheiden. Und für mich war das der Zerfall eines wundervoll verrückten Idylls, sozusagen, ein Familienfilm. Und dann kann ich ja nicht die Mutter so unsichtbar lassen und nur der Vater spielt die Rolle. Und ich glaube, deshalb habe ich mich der Mutter sehr nah gefühlt, auch, weil ich die dann sozusagen so ein bisschen größer gemacht habe, aber auch wahrscheinlich auch, weil ich eine Frau bin. So ganz einfach. Und diesen Kindern habe ich mich immer total nah gefühlt, allen. Also ich glaube, man muss, man hat gar keine professionelle Distanz, weil ich ja auch schreibe, ich muss alle Figuren irgendwie lieben. Selbst wenn ich sie unmöglich finde und wenn ich denke, jemand verhält sich wie ein Trottel oder so, muss ich die eigentlich immer echt gern haben. Kleine Anschlussfrage an die Frauenfigur. Wo kommt denn der Satz her, müssen alle Frauen umsonst arbeiten? Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich fand, das reißt dann plötzlich, ich weiß nicht, 100 Jahre feministische Debatte auf und plötzlich irgendwie fiel das alles so zusammen in dem Film. Die Ehe, der Haushalt, die Kinder, fand ich irgendwie, ja. Ich dachte mir, das wäre von diesem Flo, also wäre von der Figur, von dem Robert heißt er ja im Film, irgendwie eine konsequent richtige Frage, weil sie backt ja diesen Kuchen und macht das alles und wird dafür nicht bezahlt. Und dann dachte ich, weil ich war ja da viel, habe viel Zeit verbracht mit den Menschen mit Beeinträchtigungen, die haben teilweise so bestechend logische Gedanken. Also so, naja, wenn das, dann das. Und dann dachte ich, ja, dann denkt er so, ja, wieso arbeitet die denn eigentlich umsonst? Er doch auch nicht. So, daher kommt der Satz. Also ich könnte ja noch ewig weiter zuhören, um ehrlich zu sein. Leider sind wir fast schon am Ende, aber es gibt eine traditionelle Abschlussfrage, die ich quasi stellen muss, denn die Reihe hat eine Frage im Titel. Was tut sich im deutschen Film? Und die würde ich dir gerne stellen. Ich glaube, der deutsche Film ist gerade in so einer ganz verrückten Phase der völligen Hysterie. Keiner weiß mehr, wohin es geht. Alle haben nur Angst. Keiner weiß, was man machen soll. Die, die das Geld haben, denken, was ist denn eigentlich jetzt noch sicher? Ich glaube, der deutsche Film war noch nie so unfrei wie jetzt gerade und ich hoffe, dass es so dermaßen kollabiert, dass es wieder irgendwie auferstehen kann und wieder tolle Sachen gemacht werden. Das ist mal ein Statement. Das toppt alles, was ich bisher auf diese Frage gehört habe. Dafür vielen Dank. Bevor wir dir danken, möchte ich noch gerne darauf hinweisen, bereits nächsten Sonntag geht es weiter mit der nächsten Veranstaltung. Und das ist auch eine sehr besondere, denn ein reines Filmemacherinnen-Kollektiv wird dann hier zu Gast sein. Insgesamt, glaube ich, acht Vertreterinnen werden vor Ort sein, die den Film Generation Tochter vorstellen. Ein Film aus der Sicht einer Tochter einer RAF-Terroristin im Untergrund. Und alle Positionen hinter der Kamera waren von Frauen besetzt, was ich ganz besonders toll finde. Und auch vor der Kamera wurde sehr auf einen weiblichen Blick geachtet. Und dass überhaupt man sich zusammenschließt in einem Kollektiv, ist ja gar nicht mehr so üblich. Vielleicht ist das schon eine erst positivere Möglichkeit, wo es hingehen kann. Aber jetzt möchte ich noch mal sagen, vielen, vielen Dank für den wunderbaren Film und das tolle Gespräch. Auch vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und Ulrich Sonnenschein, dem ich das Mikro weggenommen habe. Danke auch dir. Vielen Dank, Ulrich. Und dir auch, Urs. Dankeschön. Kommt gut nach Hause. War sehr schön hier. Vielen Dank.